Ja, wie ihr seht, läuft sie wieder, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, muss ich sie trotzdem wieder auseinander bauen, weil ich habe Probleme mit dem Tank, irgendwas stimmt mit dem Flug nicht, er ist undicht, und da werde ich jetzt nachschauen. So Leute, ja, ich habe den Tank wieder drin, es lag also hier dran, an diesem Tankgeber, und ich habe vorsichtshalber hier diesen Schlauch ausgetauscht, das ist dieser Überlauf, der hier reingeht, man kann ihn nicht erkennen, er läuft hier lang, läuft dann da lang, hier runter und geht dann da in den Benzintank rein, äh, in den Dings rein, ups, so, also nochmal, geht dann hier in den Benzinhahn rein, so, tja, ich baue jetzt soweit alles wieder zusammen und hoffe mal, dass er dann läuft, also laufen tut er, so oder so, aber dass er dann auch dicht ist und hier nicht mehr die ganze Bude voll stinkt, hoffe ich zumindest, das ist meine Hoffnung. Okay, wir sehen uns dann, wenn er wieder zusammengebaut ist. So, Roller ist wieder dicht und er läuft auch. Warte mal, ich packe euch mal da hin. Hier, der Absolute Vorführer-Effekt. So, wie ihr seht, er läuft. Was ich aber jetzt für ein Problem habe, ist mit der Tanknadel. So, der Tank ist vollkommen voll, also richtig voll und er zeigt nur 3 Viertel an. Er zeigt aber auch 3 Viertel an, wenn er leer ist. Und das Kuriose ist, wenn ich von dem Ölstandsmesser das Kabel abziehe, zeige ich die Anzeige hier vorne auch noch halb an. Also gehe ich mal davon aus, dass irgendwas hier mit der Anzeige nicht in Ordnung ist. Hatte ihr sowas auch schon mal? Könnt ihr mir da vielleicht ein paar Tipps geben, wo und wie ich da mal gucken muss, dass ich das beheben kann. Ansonsten, wie gesagt, er läuft wieder. Er ist jetzt auch dicht. Es läuft kein Sprit mehr aus. Und ich hoffe, dass es jetzt das erstmal war. Dass er jetzt bei kleinen erstmal wieder ein paar Runden dreht. Okay, das soll es aber jetzt gewesen sein mit dem Video. Und das nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein Fahrvideo werden. Mal schauen. Ich habe auch eine neue Kamera. Lasst euch überraschen. Wir werden es dann sehen. Bis denn. Ciao, ciao. Macht's gut.